BW1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt, herzlich willkommen. Die grün-rote Landesregierung will für den Doppelhaushalt 2013-2014 erstmals seit zwei Jahren wieder neue Schulden aufnehmen. Laut Ministerpräsident Kretschmann bis zu 2,5 Milliarden. Die Opposition kritisiert die Ankündigung scharf. Rund 200 Millionen Euro will die Landesregierung mit ihrer qualitätsoffensive Bildung in ein besseres Bildungssystem stecken. Durch gestiegene Personalkosten kämen für das Land zudem rund 640 Millionen allein für 2013 hinzu. Die alte Landesregierung habe zudem ein strukturelles Defizit von rund 500 Millionen Euro zu verantworten. Auf insgesamt rund 2,5 Milliarden, so der grüne Ministerpräsident und sein SPD-Stellvertreter, summiere sich so und deshalb der jährliche Fehlbetrag. Wir haben eine enorme Kraftanstrengung vor uns. Das wird nicht ohne Gezeter und Quietschen abgehen. Denn wir haben ein erhebliches strukturelles Defizit geerbt aus den Haushalten der Vergangenheit, deren Struktur bis heute fortwirkt und dieses geerbte strukturelle Defizit. Wir sind jetzt gezwungen, weil die Schuldenbremse in der Verfassung steht, bis 2020 einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen. Strukturelle Dauerkosten sollen deshalb gesenkt werden. 40 Prozent des Haushalts fließen allein in Personalkosten. Schmerzlich würden entsprechende Sparvorschläge deshalb sein, die in Abstimmung mit den Ministerien jetzt eine neue und dauerhaft bestehende Kommission machen soll. Zwei Hauptschwerpunkte. Einmal dieses Haushaltscontrolling, die Haushaltssanierung, die stattfinden muss. Andererseits muss man auch die Verwaltung, da die Effizienzreserven mobilisieren. Das Land habe neben den geplanten Einsparungen im Bundesrat zudem auch einen Antrag auf eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes ab 100.000 Euro Jahreseinkommen auf 49 Prozent gestellt. Ab 2020 werde man so in Stuttgart ohne neue Schulden auskommen. Hohn und Sport hingegen von der Landtagsopposition. CDU-Fraktion-Chef Haug wirft der Landesregierung vor, selbst neue strukturelle Kosten in dreistelliger Millionenhöhe geschaffen zu haben. Beispielsweise durch die Abschaffung der Studiengebühren. Obwohl die Steuereinnahmen wie selten sprudelten. Der öffentliche Dienst in Baden-Württemberg hat für morgen wieder Warnstreiks angekündigt. Öffentlicher Nahverkehr, Energieversorger, Kliniken und Kitas legen ganztägig die Arbeit nieder. Vor allem der Bereich Süd- und Mittelbaden und der Nordschwarzwald sollen betroffen sein. Die Schüler in Baden-Württemberg können ihr Abitur ab dem kommenden Schuljahr wieder in neun statt in acht Jahren machen. Aber nur an 22 Modellschulen im ganzen Land. Das heißt, rund 1500 Schüler insgesamt können an G9 teilnehmen. Deren Auswahl liegt bei den Schulen. Eine Schule wird sich sehr genau anschauen, welchen Hintergrund hat ein Kind. Wie sieht beispielsweise die Leistungsfähigkeit aus? Und ich bin fest davon überzeugt, dass die Schulen vor allem solche Schülerinnen und Schüler nehmen werden, bei denen sie davon ausgehen, dass sie einfach dieses Jahr mehr gut gebrauchen können. Alle anderen Gymnasiasten müssen ihr Abitur auch weiterhin nach acht Jahren absolvieren. Für das Schuljahr 2013-2014 sollen weitere 22 Schulen um G9-Züge ergänzt werden. Das Ziel, jeder Stadt- und Landkreis soll eine Schule mit G9-Zug haben. Dabei haben sich 17 Kreise, vorwiegend im Südwesten des Landes, erst gar nicht um G9 beworben. Möglicherweise ein Zeichen dafür, so die Ministerin, dass die Bildungsträger in diesen Kreisen gut mit dem achtjährigen Abitur zurechtkommen. Dennoch soll der G8-Bildungsplan noch einmal überarbeitet werden. Ich sage Ihnen aber auch ganz, ganz deutlich, wir können an Folgendem nichts ändern bei G8. Es gibt in G8 einen sehr großen Zeitdruck für die Schülerinnen und Schüler. Den Schülern, die eben diesem Zeitdruck nicht gewachsen sind, soll G9 eine Chance aufs Abi geben. Denn G9 sei nicht zu verwechseln mit dem alten Abitur in neun Jahren. Darum wird es als Modellversuch eingeführt. G9 bedeute lediglich, dass die Schüler für den Unterrichtsstoff von G8 ein Jahr mehr Zeit haben. Wie das im Unterricht umgesetzt wird, obliegt den einzelnen Modellschulen. Soweit die BW1-Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. BW1-Nachrichten. 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 BW1-Nachrichten.